herzlich willkommen zum leben lieben loslassen podcast schön dass du heute wieder mit dabei bist mein name ist friedrich stratmann und ich begrüße dich zur heutigen folge in dieser folge geht es um das thema beziehungen und zwar nicht nur im sinne von partnerschaft also einer liebesbeziehung sondern jede art von zwischenmenschlicher beziehung ob zu freunden kollegen chefs kunden mitarbeiter und so weiter und so fort vorab ein hinweis es ist eine folge mit tiefgang es wird philosophisch und gleichzeitig auch konkret die vorgeschichte dazu ist ich war vor zwei wochen im urlaub in england und habe mir da wirklich mal zeit genommen ein buch zu ende zu lesen ja vielleicht kennst du das auch du fängst mehrere bücher an aber irgendwie liest du es nicht zu ende und das habe ich jetzt im urlaub geschafft und es ist ein buch über die psychologie beziehungsweise philosophie von alfred adler und eine kernthese seiner arbeit hat mich da besonders aufhorchen lassen und die lautet sinngemäß alle unsere probleme sind im kern probleme in zwischenmenschlichen beziehungen also alle probleme sind im kern zwischenmenschliche probleme das heißt dass wir uns nicht wirklich frei in zwischenmenschlichen beziehungen begegnen frei im sinne von ohne minderwertigkeitsgefühle ohne schuldprojektionen und ohne kausalitäten bezogen auf eventuelle prägungen oder traumata die wir in der vergangenheit erfahren haben die erkenntnisse aus dem buch haben in mir gearbeitet arbeiten immer noch in mir und ich habe dabei auch einige aha erlebnisse für mich mitgenommen und deshalb möchte ich heute drei wesentliche erkenntnisse aus diesem prozess mit dir teilen und vielleicht sind diese erkenntnisse auch wertvolle impulse für dich wie du mit aktuellen problemen krisen oder herausforderungen in deinem leben leichter umgehen kannst und wie du schließlich auch glücklichere und freiere zwischenmenschliche beziehungen führst ich sage bewusst führst denn das ganze steht und fällt mit der eigenverantwortung denn du bist der gestalter deines lebens und deiner realität also legen wir los und packen wir es an auf dem spielfeld der beziehungen also meine erste erkenntnis der erste schlüssel für glücklichere und freiere beziehungen ist du musst nicht von allen gemocht werden es geht nicht darum zu sagen bohr ist mir scheißegal ich mache einfach was ich will ohne rücksicht auf verluste und verletzungen anderer das ist nicht damit gemein sondern es geht mehr darum lebst du authentisch dein wahres so sein deine werte und bedürfnisse oder passt du dich in zwischenmenschlichen beziehungen eher an und die erwartungen und vorstellungen anderer zu erfüllen es ist ein trugschluss zu glauben war ich sag lieber nichts dann gibt es keinen streit harmonie ist mir ja so wichtig und gleichzeitig trägst du eine innere spannung eine ladung weiter in dir mit das heißt du lebst den konflikt zwar nicht im außen dafür verschiebt er sich auf eine innere ebene und richtet sich möglicherweise langfristig in einer anderen form gegen dich zum beispiel durch körperliche symptome entzündliche prozesse aufgrund von ungelebtem feuer ja das da in dir ist du bist zu lieb sprichst nicht aus was dir wirklich am herzen liegt oder sich für dich war anfühlt und ein tipp aus der adlerschen psychologie in dem zusammenhang ist das prinzip der aufgaben trennung aufgaben trennung bedeutet du bist nicht für jeden gedanken oder jedes gefühl eines anderen verantwortlich das heißt du kannst nicht kontrollieren was der andere tut aufgrund dessen was du sagst oder wie du dich verhältst selbst die noch so edelste absicht kann ein anderer ganz anders auslegen als du das eigentlich vorhattest ja ein beispiel dazu aus der erziehung du kannst dein kind so erziehen dass du versuchst alles zu machen zu tun es zu umsorgen so gut es eben möglich ist um ihm das gefühl von geborgenheit zu schenken es soll ihm oder ihr an nichts fehlen mit ein paar jahren abstand wenn das kind dann erwachsen ist kann es aber dir das ganze auch anders auslegen zu sagen hey das mich so gepampert ich wurde gar nicht richtig abgehärtet für das reale leben oder umgekehrt du erziehst dein kind so dir du legst wert auf freiheit ja das kind soll sich entfalten können es soll selbstbestimmt seinen weg gehen und du greifst nicht ein und bist besorgt um gottes willen was passiert denn da und mit etwas abstand kann das kind aber dann auch später sagen boah es ist es war mir zu viel freiheit ich habe irgendwo diese grenzen vermisst oder auch nähe vermisst ich hätte mir mehr geborgenheit gewünscht vielleicht kennst du das auch aus deiner kindheit deiner kindheitsgeschichte oder wie du auf das zurückschaust wie du groß geworden bist oder auch in einem anderen kontext aber mach dir bewusst du bist nicht dafür verantwortlich wenn ein anderer enttäuscht ist wie eine andere wie ein anderer mit dem enttäuschungsgefühl klarkommt weil du nicht seine oder ihre erwartungen erfüllt hast wir können nicht die verantwortung übernehmen wie jemand anders sich fühlt dadurch dass wir tun was wir tun deshalb das prinzip der aufgaben trennen du kannst dich auch fragen einmal für dich was ist dir lieber ein leben in dem du von allen gemocht wirst aber am ende darauf zurückblickst mit reue hätte ich doch mal was gesagt oder mich doch getraut mich so zu zeigen wie ich wirklich bin oder ist dir lieber ein leben in dem du vielleicht nicht von allen gemocht wirst aber du authentisch du selbst bist du hast einen kreis von menschen wo du du selbst sein kannst und die dich auch so annehmen wie du bist und bedenke dabei es gibt immer drei gruppen von menschen die erste gruppe das sind die die dich bekämpfen die dich klein machen die dich schlecht reden die dir also negativ gegenüber eingestellt sind die zweite gruppe das sind die denen es mehr oder weniger egal ist was du tust was du machst wie du dich verhältst die sind eher neutral und die dritte gruppe das sind die die dich feiern die dich größer sehen als du schon bist und dich wertschätzen die dir also positiv gegenüber eingestellt sind und du kannst immer entscheiden auf wen du dich fokussierst und wenn du dir mehr freiheit in deinen zwischenmenschlichen beziehungen wünschst denke daran du musst nicht von allen gemocht werden und damit kommen wir zur zweiten erkenntnis schlüssel nummer zwei für glücklichere und freiere zwischenmenschliche beziehungen ist das leben ist kein wettbewerb oder in adlers worten menschen sind nicht gleich sondern gleichwertig wir menschen bewegen uns im leben alle auf einer ebene alle auf demselben spielfeld jeder geht seine schritte in seinem individuellen tempo voran wir starten vielleicht an unterschiedlichen punkten manche bewegen sich schneller manche langsamer der abstand kann sich verändern auf der reise doch wir sind alle auf derselben ebene leben ist kein wettbewerb bedeutet auch menschen sind mit menschen und nicht deine feinde oder rivalen die es zu besiegen gibt was wenn es im leben und in beziehungen nicht darum geht erster bester schnellster oder lautester zu sein sondern eher darum die bestehenden anlagen das was du als potenziale fähigkeiten und talente mitbringst so zu nutzen dass du für dich in deinem einfluss bereich das bestmögliche rausholst um es mit einem bild zu sagen du kannst die karten nicht ändern die dir zugeteilt wurden aber du entscheidest wie du die hand spielst die argumentation das leben ist kein wettbewerb basiert im kern auf drei säulen die ich dir auch kurz vorstellen möchte die erste säule ist selbst akzeptanz das bedeutet zum einen ja ich nehme mich an so wie ich bin mit allen stärken schwächen ecken kannten alle das was da ist und es bedeutet auch den mut zu haben normal zu sein so blöd das vielleicht klingt aber es geht nicht immer darum die eigene überlegenheit zur schau zu stellen oder irgendwie das gefühl zu haben jemand anderen übertrumpfen zu müssen sondern es geht auch ein stück weit darum den mut zu haben normal zu sein dass es eben auch einen aspekt von selbst akzeptanz und die zweite säule ist vertrauen in andere das vertrauen dass ein anderer in einer beziehung dich nicht ausnutzt sondern wie vorhin schon erwähnt du siehst den anderen als mitmenschen auch wenn du das gefühl hast ich weiß nicht so recht ob der andere das dann wirklich auch so sieht das kannst du in dem moment nicht beeinflussen es beginnt mit dir du hast es in der hand zu entscheiden machst du den ersten schritt und vertraust du und schau was dann passiert und die dritte säule ist das engagement für andere vom selbstbezug hin zur sorge auch um andere oder dieser gedanke was kann ich beitragen auch zum wohle anderer ja es ist wichtig dass du auch für dich sorge trägst dass du eine gesunde selbstversorge pflegst selbstliebe praktiziert und dich in deiner haut wohlfühlst das ist das ist klar und zum anderen geht es eben auch darum wie bist du durch dein sein und dein tun eine bereicherung für andere erlaube dir mal mit diesem blickwinkel durch das leben zu gehen und in beziehungen zu treten leben ist kein wettbewerb basierend auf den säulen selbst akzeptanz vertrauen in andere und engagement für andere und vielleicht merkst du da jetzt wenn ich das so erzähle dass sich da auch ein widerstand in dir regt aber ich lade dich ein einfach mal die türe und spaltweit zu öffnen und zu überlegen was wenn es tatsächlich möglich ist und leben kein wettbewerb ist und deine mitmenschen nicht deine feinde sondern in wahrheit deine freunde sind bevor wir weiter hüpfen zur dritten schlüssel erkenntnis noch mal kurz die rekapitulation der erste punkt war der erste schlüssel du musst nicht von allen gemocht werden und der zweite schlüssel den wir eben besprochen haben ist leben ist kein wettbewerb und damit kommen wir zum dritten tipp dem dritten schlüssel für glücklichere und freiere zwischenmenschliche beziehung und diese erkenntnis ist glück ist das gefühl von engagement für andere wir kommen immer mehr in das zeitalter wo es nicht mehr darum geht wie kann ich mich selbst verwirklichen sondern es geht immer mehr darum welchen beitrag kann ich auch für die gesellschaft für die gemeinschaft leisten okay was heißt das konkret vielleicht fragst du dich was kann ich denn schon ausrichten oder für einen unterschied machen in der welt veränderung beginnt in dir und in deinem einflussbereich frieden beginnt in dir in deiner innenwelt deiner partnerschaft deiner familie in deinen freundschaften oder auch in deinem beruf passend dazu definiert adler glück eben als das gefühl einen wert für andere zu haben durch dein sein und durch dein tun was ich in dem zusammenhang auch spannend finde es wie adler auch arbeit definiert vielleicht geht es dir auch wie mir dass ich arbeit bisher so eher definiert habe durch den beruf sowie adler arbeit definiert definierte es als engagement für die gesellschaft für das allgemeinwohl und das beinhaltet ja zum einen den beruf aber genauso die arbeit im haushalt kindererziehung hobbys freunde ein ehrenamt alt das kannst du auch als arbeit betrachten und das entscheidende für dein lebensglück ist auch in zwischenmenschlichen beziehungen adler nennt es lebensharmonie wenn alle lebensbereiche bearbeitet werden und du dich nicht nur auf einen bereich stürzt und sagst du boah hey ich definiere mich durch meinen beruf und ich arbeite von morgens bis abends das ist das wichtigste dafür muss man müssen auch mal andere dinge hinten anstellen also ich kenne das auch fühle mich da auch etwas ertappt gerade so in den letzten wochen habe ich da sehr stark gemerkt auch durch eine sehr einschneidende erfahrung in meinem leben wie facettenreich doch das leben ist und wie wichtig es ist eben alle lebensbereiche auch zu beleuchten und was dabei wichtig ist wenn wir darüber sprechen wie kannst du ein engagement für andere eingehen oder wie kannst du einen wert für andere darstellen was dabei wichtig ist es diesen wunsch nach anerkennung und bestätigung von anderen aufzugeben denn es geht nicht so sehr darum gesehen zu werden die anderen müssen dir nicht ständig applaudieren und sagen wie toll du bist klar gegen lob habe ich auch nichts einzuwenden aber was zählt und das finde ich das entscheidende und das beginnt bei dir das ist dein gefühl von engagement für andere das heißt allein wenn du von dir aus startest und überlegst okay was kann ich jetzt einem anderen menschen gutes tun wie kann ich durch mein sein eine bereicherung für andere sein nur das wirklich von tiefsten herzen fühlst und das erst mal noch gar nicht so sehr darum geht was jetzt beim anderen tatsächlich ankommt oder wie konkret er oder sie das jetzt gut findet oder bereichern findet es beginnt bei dir und dass du ein gefühl von engagement für andere hast und neben dem glück durch engagement für andere spielt hier auch noch ein weiterer punkt rein und das heißt für mich auch glück ist leben im hier und jetzt wenn wir uns in zwischenmenschlichen beziehungen begegnen dann kommen wir da häufig auch mit irgendeiner geschichte zusammen wenn wir uns schon länger kennen ja wir kennen die andere person eine ganze weile vielleicht auch erst kurz haben uns einmal getroffen mehrmal getroffen oder kennen uns auch schon über jahre oder jahrzehnte das heißt wir sind gar nicht wirklich neutral in der betrachtung wie wir im hier und jetzt auf den oder die anderen schauen und leben ist hier und jetzt bedeutet auch in der beziehung der zu erlauben den anderen in diesem moment im hier und jetzt auch wieder mit neuen augen zu sehen zu erlauben dir zu erlauben wieder dich überraschen zu lassen und wirklich das anzusehen was gerade mir und jetzt ist und wenn leben im hier und jetzt ist dann geht es für mich auch nicht ums ankommen also ich lese das oft in dieser ganzen selbsthilfe literatur oder podcast youtube videos was auch immer es wird so oft davon gesprochen vom ankommen die frage ist wo sollen wir denn ankommen und wie willst du leben willst du dein leben so leben dass du dir vorstellst das leben ist wie ein berg steigen da hast das ziel irgendwann will ich ankommen oben am gipfel und das heißt wenn du hochläufst bist du die ganze zeit auf dem weg das heißt wenn du nicht am ziel angekommen bist dann ist dein leben noch nicht vollständig oder oder du kannst auf dein leben schauen und das leben wie einen tanz betrachten als eine ansammlung von punkten du stehst nicht still du bist immer in bewegung aber es geht nicht ums ankommen sondern um die bewegung von punkt zu punkt im hier und jetzt deshalb lade ich dich ein deinem leben und auch in den beziehungen den scheinwerfer bewusst auf das hier und jetzt zu werfen und achtsam zu sein was im hier und jetzt sich zeigt ja das waren meine drei wesentlichen erkenntnisse aus der lektüre des buchs über die psychologie von alfred adler das auch den titel trägt du musst nicht von allen gemocht werden und das ist zusammenfassend auch noch mal die erste erkenntnis von dreien die ich dir heute geteilt habe die erste erkenntnis ist du musst nicht von allen gemocht werden die zweite ist leben ist kein wettbewerb und das dritte glück ist das gefühl von engagement für andere und damit diese worte hier nicht einfach so verpuffen du dass sie anhörst und dann direkt zum nächsten springst lade ich dich abschließend ein noch die folgenden drei fragen für dich zur selbstreflexion zu nutzen nimm dir dazu gerne in ruhe zeit und mach es auch gerne schriftlich wenn du da dir die zeit wirklich nehmen möchtest und dann die tiefe gehen willst die erste frage zur selbstreflexion ist wie kann ich durch mein tun oder sein einen beitrag zum allgemeinwohl für die gesellschaft leisten die zweite frage zur selbstreflexion ist in welchen beziehungen erfülle ich aktuell mehr die erwartungen anderer als meine wahrheit zu leben ob in der partnerschaft im beruf oder in der freundschaft und die dritte frage zur selbstreflexion ist was hält mich davon ab im hier und jetzt glücklich zu sein ja das war mein impuls für heute meine abschließende einladung an dich ist hab den mut glücklich zu sein und hab den mut du zu sein das schließt auch den mut ein anzuecken auch mal nein zu sagen denn ein nein zu anderen kann auch ein ja zu dir sein und denke daran das leben muss nicht immer kompliziert sein das leben darf leicht sein und die kraft auch in der krise liegt im hier und jetzt wenn du mehr über die philosophie von alfred adler erfahren möchtest und stativer einsteigen willst dann kann ich dir das buch du musst nicht von allen gemocht werden sehr ans herz legen den link dazu findest du auch in der podcast beschreibung und vielleicht ist es ja auch so inspirierend für dich ist für mich war was sind deine gedanken zu dieser folge welche antworten hast du für dich auf die fragen zu selbstreflexion gefunden lass uns da gerne in den dialog gehen du kannst mir schreiben per e mail an coaching friedrich straaten.com oder in den kommentaren zum post zu dieser folge auf instagram und facebook ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen wir hören uns wieder in der nächsten folge dann wieder mit einem spannenden interview gast an meiner seite bis dahin alles alles liebe dein friedrich